Echt, ich schwöre, ich hoffe, ihr brennt alle in der Hölle, ihr Pisser, Mann. Was geht, YouTube? Es gibt nur einen DLC-Trailer von Elden Ring. Nicht wundern, das ist der neue Gaming-Room vorzeitig. Wir sitzen auf meinem Dachboden. Ich bin gerade ein bisschen eingepennt, deswegen sitzt die Frise, wie sie sitzt. Wir schauen direkt einmal rein. Wie ihr schwer sehen könnt, ich habe einen neuen Partner, Instant Gaming, unten in der Infobox. Könnt ihr gerne raufklicken. Wenn ihr ein Spiel kauft, kauft es doch gerne über meinen Link. Dann bekomme ich ein bisschen Cashmash in meinen Tash. KfDM, guckt seine Videos. Mann, nein, I'm cool, you're up, Digger, oh mein Gott. Okay, seid ihr hyped? Seid ihr gehypt, ist die Frage. From Software-Banon, I can't tell it presents. Ich höre nichts. Nein! Mein Koffer war nicht angeschlossen, ich bin ein Bastard. Oh, ähm. Führung und Verrat. Malenias Bruder, einfach, Junge. Marika. Boah, wo sind die denn unterwegs? Guck mal, das ist jetzt schon so episch, als wenn das ein einzelnes Spiel wäre. Das ist einfach nur IDLC. Was folgte, war eine Krieg, ungeheblich. Ich weiß nicht, wie eine ganze Familie selbst schafft, dass sie ja gegenseitig auf den Zahler gerissen. Derjenige, der niemals auf den Zahler gerissen konnte. Boah, sieht das wild aus, Junge. Ich schraube, ohne Gräse oder Honour. Das ist ja Mesmer, ne? Ist das der Löwe von... Von... Boah, wie sieht das mächtig aus. Das ist der Rest vom Eldenbau. Sieht so aus wie das Siegel von Marika irgendwie, ne? So, dieser... Und so, Kindly, Mikula would abandon everything. Okay. So. His golden flesh. His blinding strength. Even his fate. But we are not to kill. We chose to fall. Will you walk with us? Elden Ring. Shadow of the Elden Ring. Boah, das... Digga, der Trailer ist schon wieder so gut, ne? Guck mal, was... Das ist ein DLC, Mann. Das muss man sich mal geben. 21.06.2024, Junge. Ein Monat noch. Das sieht schon geil aus. Richtig hype, Mann. Ja, ich bin auch unfassbar gehypt auf das Game. Das ist es halt, ne? Das ist es halt, Junge. Boah. Alles, alles in mir schreit Kaufmächtiger. Alles in mir schreit Kaufmächtiger. Alles in mir schreit Kaufmächtiger. Man könnte die jetzt pre-ordern. Oh, Junge, 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 Junge. Oh, Junge, 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 Junge. Boah. Direkt bei Banana & Co. Jetzt vorbestellen. PS5. Offizieller Shop. Ausverkauft. Natürlich ausverkauft. Premium Collector's Edition. Ah, okay. Das ist nur Ellen Ring. PlayStation 4. Das wird dieselbe Box sein. Natürlich ist die ausverkauft. Selbstverständlich. Diese ganzen Sculper-Pisser, ne? Das ist so frech. Das ist so frech, Digga. Und irgendwelche Schwänze verkaufen, die jetzt so 400, Digga. Echt, ich schwöre, ich hoffe, ihr brennt alle in der Hölle, ihr Pisser, Mann. Bei Instant Gaming kannst du es auch vorbestellen. Oh, Tecaru. Das ist ja eine krasse Sache, dass du das sagst. Mein neuer Partner Instant Gaming. Link in der Videobeschreibung oder bei Twitch. Einfach auf die Info gehen. Könnt ihr das Spiel ziehen? Für 10 Euro weniger, nur für 30 Euro. Okay, Leute, wie fandet ihr den Trailer? Hat mir gefallen. Sehr sceniastisch. Also sehr geil. Die Aufmachung war mega cool. Mesmer scheint ein richtig krasser Typ zu sein. Hat nicht enttäuscht. Nee, definitiv nicht. Wirkt ein bisschen düsterer als das Hauptgame. Ja, blutiger, sagen wir mal so. Aber Mesmer ist ja auch blutig. Ich bin totes halb auf jeden Fall. Ja, man, einen Monat müssen wir noch warten. Und ich muss mir das für die Playstation kaufen. Ich werde es mir dann wieder für den PC zusätzlich kaufen müssen. Das ist ein bisschen Arsch. Aber gut, was wir zu machen. Für Mods und sowas. Aber auf jeden Fall wird da der Platin-Grind reingeschissen. Boah, ich bin richtig gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Gegner. Ich bin gespannt auf Mesmer. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Tschau.